Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Darkheart Flight of the Harpian und hier haben wir schon mal einen Wechselding. So auszusehen habe ich jetzt schon hier eine drauf gedrückt, also wir müssen den Druiden retten. Aber... Müssen wir gucken wie wir das gleich machen. Oh, eine Eichel. Was haben wir hier? Vorsicht Reisender, sie betreten den verbotenen Wald. Hinter diesem Punkt wird ihnen niemand helfen können. Ach, das ist so nicht wahr. Oh, Zwergenmütze. Ich meine hier. Öö, du. End, du. Gut, gucken wir weiter. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo was. Aha. Armetze. Also wir haben schon einen Pfeil, das wird... Zu viel Ameise. Jo. Bisschen zu kleiner Pfeil für deine Brugge, aber ist in Ordnung. Können wir deine... Ach, ey. Äh. Ich muss beide Rinn haben, oder was? Wie fies ist dann das? Ich muss ja ewig warten, bis die Wörer übereinander kommen. Hallo, wai. Tut mir leid, aber du hast schon richtig sie genervt. Hallo, Druide. Ja. Jo, können wir machen. Wer wohnt hier? Heil den Druiden. Heile, heile Gänse. So, gehen wir mal da hin. Oh, das sieht schon aus, ob du... Don't be alarmed, this is my watchdog. Allow me to calm him. Ja, 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 sein Wachhund. So. Das nehmen wir auch noch mit, das sieht gut aus. Jetzt haben wir alles. Ne, da fehlt was, was fehlt du? Okay, da fehlt auch noch Sarah. Der ist leider kaputt. Da hast du deine Mütze wieder. Haben wir eine Kerze gekriegt. Das sind verschiedene Blümchen. Oh. Hihi. Das hatte man ja schon mit Honig. Ja, das ist die Lose-Müchter-Netze. Ah, ich muss jetzt das Druide hier benutzen. Na, was macht er? Oh, das ist jetzt der Schlofe. Na, das machen. Oh, oh. Ah, ja, ist klar. Ne Manticore. Ein Haufen Fabelwese. So, was haben wir denn hier alles? Da muss bestimmt irgendwas drauf. Gut, da haben wir die Lampe. Doch, fast, doch, stimmt. Geh auf, die Kerze rein. Ja, ich bin klasse. So, so hauen wir mal die Druide hin. Au, du durchmuffst, oh er. So, nun. Ich muss die Wunden des Druides mit dem Heilverband verhandeln. Ja, der Heilverband. Äh. So. Gut. What the? Hier fehlt der Kopf. Ja, ist schon klar. Ah, das war draus für die Blume. Da ist der Kopf. Okay, und nun? Ah, ja. Klammer an. Es fehlen uns noch Sachen. Also, erst das. Dann muss ich das drin machen, aber das hab ich noch nicht. Alter, was hier eine? Ich würde mich nicht wundern, wenn da hier irgendwo noch Sachen rumkrabbeln würden. Ja, ja. Ja, Haltingtour müssen wir noch hinbringen. Aber solange ich nicht weiß, äh, was es ist, oder wie es ist, wird es ein bisschen schwer. Also, ich hab jetzt schon mal rausgefunden, dass hier das Ding da drauf passt. Magische Blume. Kann ich zufälligerweise die magische Blume da reintun? Nein, darf ich nicht. Muss ich sie erst rasch spielen? Auch nicht. Hm. Okay, hier, die Dinger sind jetzt alle kaputt. Wolle ich jetzt dumm. Auch nix. Uiuiuiuiui. Das wollen sie auch nicht. Wow. Echt jetzt? Nicht schlecht. Ach, du Kacke, wie sieht's dann hier aus? Okay, da brauch ich Blügelteile. Ah, okay, ich muss hier ohne das ganze Zeug zusammensuchen. So, aber nicht das Hufeise. Und ich geh mal davon aus, dass wir zwei Hufeise dann sind. Jo, und zwei Messe. Also geh ich mal davon aus, dass fast immer alles zwei sein muss. Das Weitsche. Also Flügel, wo ich eigentlich brauch. Schädel. Was? Noch ein Schädel. Brauch noch Stiefel. Hey, du Waschbär. Alles fit bei dir? Okay, da hab ich ein Flügelteil schon gesehen. Da ist ein Flügelteil drunter. Hallo. Da ist ein Flügelteil da hinne. Ich geh mal davon aus, hier muss noch irgendwo was sein. Na, mein Kutsch der? Alles fit? Ah, da vorne. So, jetzt kann ich die da hinne zusammenwuscheln. Und nun, was kriegen wir jetzt? Ah, da ist die Tentur drin. Das haben wir gebraucht. So, die Flamme ist hier an. Das macht es. Jetzt können wir noch hier drehen. Blüpp. Wie ist das jetzt? Sieht da gleich aus wie Mumie. Hm. Hat funktioniert. Ich bin gut. I owe you a great deal, my lady. My life, in fact. Hm. Ich weiß, dass alle Böse und Böse in dieser dunklen Forst sind und kann dir helfen, dass du deinen Weg nach den Mountain findest. Aber es gibt Ruhige, schreckliche Geschichten über einen dunklen Mage von großem Macht. Einige sagen, dass die Harpies unter seinen Kommen sind. Sie und andere, noch mehr gefährliche Kreaturen. Aber ich weiß, dass jemand, der uns zu helfen kann, zu helfen. Jo. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. So, ruf den Freund des Druiden. Äh, ja. Wie soll ich das machen? Äh, das ist doch schon mal eine Maßnahme. Äh, das ist doch schon mal eine Maßnahme. magische blume warum ist sauer von wir sollten nicht willkommen mit einer magischen pollen sollte doch eine magische blume muss ich hier wieder was tun oder was ah ok ich musste die biene benutze dass ich magische pollen krieg schon ist er nicht mehr sauer oder was naja er lasst uns nur vorbei also er redet gar nicht mit uns oh oh wer bist du denn ok mir ein roboter teil gerät da ist irgendjemand drin aber ich kann nix tun dieser ort von hier aus kann ich dann mach mal ein totem müssen wir das totem zusammen basteln nein ist klar oh da ist ein teil drin kann ich das mit dem handschuh vielleicht warte mal auf geht ne hm hier kann ich nichts tun ah oh wirklich das ist uncool kann ich mit dem handschuh vielleicht ja jetzt haben wir ein netz kann ich mit dem netz das doch auch auch nicht ah stimmt ich muss ich kann ja das doch damit fertig machen jetzt kann ich es raus fische bestimmt ja natürlich so und wir hatten in dem wo ist das haus da auf dem schädel macht er bestimmt den mund auf oder oh oh ne wir müssen wir oh ja schiebespielchen ich mag schiebespielchen gut 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 das da rüber das setzen wir gleich mal ganz um die ecke so das hoch das muss doch nur in die ecke das doch über das hoch das über jetzt mache ich mal so ein bisschen einfacher ne 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 der will mich trolle aber mich kriegst du net net raus und net nochmal machen oder Fisch kriegst du nicht. Ah, okay. Wir können Feuer. Ich mache Wärterlicht. Jetzt könnte ich ja an den Baumsturm reingucken. Oh, da haben wir noch was. Was ist das? Beschwörungsritual. Oh. Jetzt nochmal zurück. Hier kann ich nichts mehr tun. Nee. Wir müssen ja jetzt... War das hier? Genau. Hier müssen wir hin. Da will ich mehr Licht machen. Da ist doch bestimmt ein Eichhörnchen oder irgendwas drin. Bitteschön. Der mit rote Aue. Pfui. Ist das so böse oder was? Okay. Wir haben schon mal einen Teil davon. Schon fertig. Das ist gut. Alter, ist das immer das Teil. Das schleppe ich mit mir rum. Alter Vater. Ah, die Beschwörungsschrift. Bitte schön. Äh, das da brauche ich schon. Das und das. Nee. Kann ich es nochmal zurück machen? Ja, ich weiß, dass es falsch war. Das. Das. Und das. 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 Und das. 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 Ja, habe ich, habe ich dem geschafft. Oh, oh. Ich, der Freund hat, der Feind. Genau. Wow. Jetzt habe ich das totem Teil dabei. Obwohl er es schon durch fertig hat. Nicht schlecht. Also manchmal ist das Spiel ein bisschen seltsam. Ah, da oben so fliegt er. Der Flop. Er sieht seltsam aus. Who dares to summon me and disturb my slumber, when the entire forest is fast asleep? Äh, ich? The path you must travel to reach the peak is long and dangerous. But the evil creatures who lurk there are now threatening the forest and all who live here. So we are allies. Guys, I will help you reach your goal. Er kennt da Aue. Okay, also er hilft uns jetzt hochzukommen. Äh. Okay. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt machen. Die Lampe tut doch bestimmt das Ding da hin. Ja, ich kriege mal das. Mit dem Werkzeug kann ich bestimmt da hin die Brücke reparieren. Okay. Oh, da komme ich nicht drüber. Boah, nochmal alles von vorne. Nur weil ich jetzt eh Fehler gemacht habe. Wow. Wow, das ist echt. Wow. Das ist ja übel. Ja, das ist höre so. Ja, du musst von da nach da und da drüber wieder zurück und vor, zurück, zurück, vor. Aber ist egal. Ich mach dat. Ich geh mal davon aus, das Amulett macht den kaputt. Oh, muss ich ja jetzt hier die Ecke auch kaputt, oder was? Jo. Das Amulett macht den kaputt. Jetzt kriege ich die Bretter. Mit den Brettern kann ich da über das Sumpf drüber. Nee, 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 nee. Wow. So. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und Tschüss.